auch wenn die Affen gleich kommen, ich hol's mir mal wieder neu dann kann ich da oben schneller laufen, in dem kleinen Kreis wo ist die Kiste hin? oben bei dir ja dann laufen wir hin, ich geh mir kurz die Mühlen abholen kann ich mir jetzt bei Lagerzen Kohle jedes mal neu kaufen oh geil du glaubst es nicht was denn? rpk ja sei doch froh ja schon besser Stimit ab, Alter wird jetzt aufgemotzt ja nimm mal den letzten Zombie mal mit ah jetzt kommt er zu mir, der Sack, Alter echt? naja egal, passt ich geh mal dazu spaß, aber in die Kiste einmal drücken, was kommt und Farmas ho ho wo sind die scheiß Claymos? ich möchte das auch gerne mal wissen, ey ja aber egal nein ab Alter, jetzt nochmal drauf, ey das wird glaub ich jetzt einer der letzten Runden hier werden ah nicht schwarz malen, wir müssen das alles hier noch irgendwie, wir müssen auf jeden Fall über die 30 kommen das ist die Mühle ab das ist die Mühle ab schon viel besser, ey das ist die Mühle ab schon viel besser, ey immer so kurze Zwischensprints machen komm ich ja durch jede Lücke durch komm ich ja durch jede Lücke durch irgendwas liegt da, was ist das? Max Ammo liegt da? Ja super nimm! ク rier ha 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 Wow. abgang dann müssen wir schön viel material zum hochladen haben so so kommt her ihr Schweine wow auf jeden Fall mal ein Teleporter, Sicherheitshalber hast du noch so viele bei dir? ja und tschüss Jungs wir haben alle gerade im Moonwalk Jungs und Mädels Schweiß auf meiner Stirn, du meine Herren tolle Schweine da kommen schon die aber die nehme ich glaube ich nicht, Alter, oder doch? und wenn du Platz hast ja, so bist du nicht genau vertreten da müsste ich jetzt alle genau dazwischen laufen ja, dann gehst du vielleicht down ja, das mach ich nämlich nicht weil ich werde jetzt schon gekratzt am Ende ich werde zwar gut zum Munition sparen obwohl ich mir das jetzt eigentlich riskieren ich werde jetzt eh schon weg oh, Jungs, Alter wird aber sehr oft ei, 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 ei wow, Alter wo kommst du denn jetzt her? du scheiße hier, du kommst ja einfach auf die Mütze, ey nein war dann die und dann nicht aber schön ist, kann er zack war super, nachladen na, fehlt einer von euch was, ihr Säcke? nein natürlich nicht wäre auch zu schön gewesen oh, knapp nein wow, Alter, die hab ich jetzt gar nicht gesehen, Alter ich hab nur nicht eine Falle jetzt geworfen hier jetzt hab ich die Raygun, Alter ein bisschen mit der umballern hier zack, liebe Schreiner ja und wie sieht es bei dir aus? oh, ein paar hab ich ja noch ja, bei mir auch noch ein paar ein paar mehr ja, da kommen noch einige, seh ich grad da kommen noch ein paar da ist die Lücke, da nix durch wer hat mir vor euch Patschentchen gegeben? du, du oder du? da sind die drei die letzten, glaub ich, hier boah, mein letzter Schuss bei der RPK das sind bei mir die letzten jetzt wow na komm, geht drauf Alter, jetzt hab ich die Fresse voll jetzt kriegt ihr ein Blaster ins Gesicht ups weg mit euch sammle ich die nur noch und schießt einmal mit dem Blaster halt, da hab ich gesagt, das waren die letzten, Alter das war gelogen, ey ja, ich möchte ja schon meine RPK ist schon wieder leicht leer 38 Schuss noch meine, meine ist auch leer ich sammle die jetzt nur noch hier im Kreis und dann einmal mit dem Blaster drauf und weg ja, das ist ja mit dem Ding gut das kannst du ja ja so, jetzt hab ich noch die Raygun da kannst du immer die einzelnen Wellen mit einem Schuss weg machen so, das war's Ende so, schnell Fenster zu machen außer es kommt jetzt, Alter, die Affenrunde schon wieder, eventuell ja, sag ich doch, Alter ey, ich glaube, wenn jetzt zu viele hier kommen, schmeiß ich so eine Falle, ey, ohne Scheiß mach ich auch ja, mein Steam und Arm können die ruhig kaputt machen, Alter das ist mir egal mein, mein Dingskill jetzt aber nicht hier ja, da musst du halt beides verteidigen so, Falle geworfen wären die echt da reingezogen, Alter du bist ja gut, Junge du, 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 du helfst die gerade zu mir ah, ah doch dann kamen wir gerade zwei Stücke mit diesem lila Licht genau neben mir gespawnt na, dann sollen die ja das nicht mit abstehen dann hab ich jetzt ein bisschen Pause hier noch nicht oh, Alter fünf Schuss, sechs Schuss brauchen die Scheißarten ja, aber mir auch hier kommt noch einer lang ah, die werden erst kommen, wenn Steam mit abpillert ist muss ich eine Runde ohne Steam mit überleben ich hab hier keiner mehr ja, hier kommen jetzt alle von Steam mit ab zu uns mir ist keiner mehr gerade oh, ich hab schon 914 Zombies weggemacht jetzt kommen sie zu mir jetzt kommen sie zu mir weg noch nicht gerade wenig noch nicht gerade wenig ok, alles nachladen hab ich so Runde 30 geschafft jetzt kommt Runde 31, oder? ja 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 so jetzt werde ich hier DMG mal anmachen ja, dann mach mal boah, Alter, was jetzt schon hier, Alter aufheblich zugelaufen kommt, ey das ist wie bei 300 mit den Persern ja da wird's auch echt schön, durch die Lücken zu laufen bei so vielen Zombies, ey ohne Steam mit ab ja, wenn du diese Dampfkamone hast, die ich da hab, da ist nicht so schlimm ja, drehst du dich einmal umschießt und dann sind sie weg, war ich halt muss hier meine Bahn drehen geil geil das ist die DMG, die schießt bis hier rein bis in die Raketenstelle ah, ich werfe jetzt erstmal so einen Teleporter am Anfang da ist mir meine Munition gerade ein bisschen zu schade für den großen Haufen erstmal oh, da liegt Instagram direkt lass mich noch ein bisschen warte, 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 wenn sie jetzt kommen und zwar jetzt ey, jetzt gibt's die verdresche ey, liegt zweimal Fire Sale bei mir rum warum liegt bei mir zweimal Fire Sale, Alter, ist das sowas für unnötig, aber egal einfach nochmal genommen wow, alle ja, die Rangern, die bringen gar nicht mehr so viel, ne ah, geht bei mir schon, also ich schieße immer noch die Hüfte, die kippt man ja nicht ganz schnell rum ja, aber ich find ja, aber ich find das Geld von 3 ist das nicht ja klar das dauert auch noch viel zu lange für meinen Geschmack, aber geht ja nicht anders da ist ich muss schon eine paar Sekunden meinen Finger vom Stick nehmen und den nach vorne zu rutschen, weil er schon so am schwitzen ist ey ja dass der immer nach hinten rutscht oder drüber rutscht ja 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 wenn ich jetzt darum gehe, ist kein Problem, ich könnte einkaufen, bis ich alle Waffen habe, die ich haben wollte, jeden Fall, wenn ich eigentlich nicht wow alle 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 ein bisschen abstand halten meine freunde ja aber die mg aktiviert kann sich auch mal ein bisschen kümmern mein rpk ist gleich schon wieder leer alter ja letzten 30 schuss und mein rpk hat auch noch 100 schuss 20 jetzt gibt es noch die raygun die zombies an sich verlieren überhaupt gar keine items mehr irgendwie alter woher werden gerade ja meine meine dinge ist wieder leer er pk willkommen im klub sagt weg weg gefegt die jungs sogar in einer runde ist das ding leer teleporter vielleicht dauern alter ich rote ich blinke schon rot scheiße sein fake noen Vielen Dank.